Guten Tag, mein Name ist Irina Oberding von der Team-Logs-Pedition und Logistik. Wir sind ein mittelständig geführtes Familienunternehmen, das auf gesunde Mitarbeiter achtet und aus einem gesunden Mitarbeiter erwächst ein gesundes Unternehmen. Wir arbeiten mit Klaus Erhardt zusammen an einem Mitarbeiterunterstützungsprogramm, das die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter erhalten soll und die Führungskräfte entlasten soll. Klaus Erhardt ist ein vertrauenswürdiger, strukturierter Partner, der eine ruhige Art hat und deshalb jeden Tag unsere Mitarbeiter begeistert.